so und da sind wir wieder nach einer ewig langen mieteraktion ich kann jetzt hier ein bisschen mehr machen als noch vor ein paar minuten werde jetzt hier einmal paar sachen weg bringen richtung lager und dann wird es weitergehen dann werden wir den guten daher in den sandigen hügel abholen der kleine kaya möchte wirklich bei den sandigen hügel abgeholt werden eher so in der art ist doch kein kinderparadies doch klar gut so ach so ja die rollen kann ich aber kurz wieder erneuern wir sind wir uns durcheinander gekommen in den letzten minütchen kaufen und dann gucken rüft rollen treffsicherheit tier 2 ausweichen tier 2 magie widerstand beteiligung print ich glaube damit habe ich so können wir die ganze sachen jetzt ja wir könnten sie ach du grüne nun was wollen wir da jetzt alles für ja das heißt ich darf vor dem nächsten part an der farm gehen kräuter wurzeln kannst du von den pflanzen im nebelwald und so weiter sammeln ja oder auch hier von den kräutern wahrscheinlich ja wobei das ist glaube ich gebiet spezifisch ich weiß nicht ob du die in der wüste findest ich meine so ein kräuter so eine kräuterwurzel findest du nicht unbedingt in der wüste jeweils mir halt hier angezeigt wird deswegen ja das ist ja also das ist die quest allgemein da können die sammelaufgaben auch an anderen orten okay um nun an ich hab hier auch noch was ich kann es mir einfach mal testen die kräuterwurzel habe ich hier nämlich zum beispiel auch ich weiß aber dass ich sie hier nicht findet deswegen ich suche sie hier gar nicht jetzt okay ich brauche aber noch alten saft da finde ich den alten saft nö ich habe nur rosmarin ja hast du gesagt weg so viel auf einmal also ich habe alles hier würde es sich sehr stören wenn ich aber schon mal in mordschall im grab wieder gehe weil ich oh gott ich muss ich muss sogar eigentlich noch viel weiter muss in dieses grab im rebstock ich glaube da muss ich auch noch hin okay für eine einzige sache allerdings ja ich muss dafür 30 sachen hin für 30 ja nein das war jetzt grob gesagt aber von da wo du bist ich komme nicht auch ins monschein grab das ist gut das ist in der tat gut dann eilig doch mal zu dir mit einer armee an monstern im schlepptau ich habe dir dabei was mitgebracht lass mich nicht anklicken dann kann ich dich wenigstens heilen wo ist mein spinnstachel da hier liegt auch noch einer oh sehr gut ich glaube ich jetzt 4 von 10 ok komm her du spinnchen also warte 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 ich stelle mich hier einmal kurz hin weil es jetzt hier gerade relativ monsterfrei ist und sagte sie während dann fief war das schnee mit einer wüste so perfekt so das weitermachen wenn du zum monschein grab willst musst du einmal hier runter gehen dann die richtung wo ich gucke okay versuch dich nicht zu töten also dich nicht töten zu lassen das habe ich eigentlich nicht vor nein mach dir keine sorgen nicht immer du bist so schnell wie fliegenkot wird doch nicht hier es war vorhin zwar einmal kurz knapp aber es war meine schon weil ich die falsche tasse gedrückt habe ich bin sogar direkt in dem ort wo ich hin wollte einen brauche ich noch ich würde dir empfehlen dann gleich auf deinem reit hier einfach durch zu waschen ja ja und die vor dann kannst du dann gleich einfach an der an der foto stehen bleiben ich bin ich bin direkt hier in der nähe deswegen ich muss da ja auch hin ja ja das ist ein mutsch also na mutschein grab ja so weit tiere ach die scheiß dessen würde muss ich noch zehn kennen komme ich mal darauf dass ich eintöten muss sicher gar nicht sind ja zehn ja aber ich muss wieder ein paar rollen einschmeißen ich warte hier vor auf dich ja oder wir machen die ich mache die auf dem rückweg damit er da jetzt nicht wer weiß wie lange warten muss wieso bist du da gleich fertig oder nicht ja ich brauche jetzt noch neun wölfe das dauert jetzt nicht ewig aber es muss hier macht werden ja erstmal musst du hier ankommen oder meinst du diese desertwölfe diese desertwölfe genau ja gut ansonsten findest du mich einfach im düsteren durchgang ja dann laufe ich da einfach schon mal hin dann musst du nur einmal kurz über über die gesamte mutschein grab map laufen ok das heißt dann düsteren durchgang also du gehst einmal durch das tor wo ich da in der nähe lang gegangen bin und dann einfach einmal komplett über die ganze map rüber zum düsteren durchgang und da werde ich dann warten gut uh level up schön ja ne ja die stufe neununddreißig dreißig iselturm huch ne das würde ich nicht annehmen das würde ich annehmen das würde ich annehmen noch mehr sachen die ich da in diesem komischen oh grab im rebstop machen muss grab im rebstop grab im rebstop grab im rebstop grab ich habe eine quest die ich eigentlich immer abgeben kann na egal morgen später später oder beim nächsten mal hier so noch 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 drei ja alles gut ich bin jetzt gerade erst im düsteren durch also komm jetzt gerade erst im düsteren durchgang an ok hier werde ich auch ein bisschen bleiben glaube ich die musik ist aber cool jose ich hätte eigentlich auch noch mal gucken können ob ich schon neue zauber machen kann rein theoretisch als ich da eben den älteren war egal machen wir ich bin fast ich wäre fast tot gewesen was machen wir das ist nicht lustig wenn man kurz vorm sterben ist das hast du siehst du das hast du davon karma ich glaube auch karma karma bestraubt das leben so ok ach gott ich hätte ich irgendwann war das denn jetzt ich glaube ja monschein grab bitte einmal ja in irgendeinem im besten fall das hoffe ich für dich ja oh das war auch gut denn ich bin so gut wie tot so wo bist du denn äh äh düsteren durchgang einmal ok oh gott hier müssen wir jetzt auch noch wieder so viel machen na gut das machen wir dann das ja ich muss da sowieso noch etwas hier im mondschang grab ja ich halte mich nur damit einmal komplett weil alles gut und muss unbedingt wieder steine kaufen ja mehr als genug ich habe hier sogar über mein maximallimit ok mein mutiges reit hier wir müssen uns jetzt hier irgendwie durchschlawinern ja wenn du im wüsten durchgang angekommen bist sag Bescheid da komme ich zurück ja bin so bin gleich da weil die viecher hier sind ein bisschen stärker dachte ich mir also jetzt noch nicht so stark aber ich glaube sie könnten dir wehtun meinem sohnemann jeder ja mann hilft mir ok ich bin am eingang ok warte dann komme ich da kurz hin gebe nebenbei noch ein paar quests ab so dass hier auch alles seine richtigkeit hat da ist sie die mutti diese brauchst du hier irgendwas gucke sofort äh nö ok egal ich bin dann sofort jetzt dann holge mir dann holge mir Ja, gut. Die Meisterin das sagt, dann ist das so. Mhm. Mhm. Ich sehe hier leibhaftig vor mir. Zina. Zina. Ich werde auf jeden Fall heute noch Stufe 40 erreichen. Okay. Ich bin bei der Hälfte. 54% habe ich. Okay. Stufe 39 ist 45. Ja, ich habe auch. Was habe ich denn? Ich habe drei Level gemacht. Ich war 30. Ja, das ist 33. Ja. Bin ich doch relativ zufrieden mit. Du bist vorsichtig bei den Bären. Ja. Ich bin da auch nicht gerade empfiehlt, dass mich da einer umklatscht. Mhm. Nee. Du bleibst bei einem Sicherheitsabstand. Und was müssen da Feuer biebens? Das nennst du Sicherheitsabstand? Ach so. Wenn sie sich von der Seite angreifen. Weißt du? Ich sage, auf einem sicheren, breiten Weg, wo kein Monster ist, sage ich bitte Sicherheitsabstand. Wo kommst du mit hin? Direkt dahin zu dem Monster. Ja, klar. Ich muss dir doch helfen. Wo war der? Ja, gerade im Rebstock. Die sind richtig. Die sind richtig. Ja, da habe ich auch an der Aufgabe. Diese Schneemännerdinger. Ja. Ätzend. Was war das denn? Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich gerade irgendwie was anderes machen. Aber irgendwie, äh. So. Hat der Körper gesagt, nur ich mache jetzt das Geräusch. Sobald wir hier dann gleich im Grab sind. Können wir einmal nochmal ein Foto machen. Auf Foto. Weil, huch, nee. Nicht als Gruppe entfernen. Nein. So. Hier brauche ich einen scharfen Eckzahn. Sogar hier ganz in der Nähe. Das passt, das Bild. Das ist gut. Wieso? Hallo? Nein. Doch, das war super. Warum? War das geil, was da? Okay. Okay, ja gut, dann. Also ich habe hier zehn Quests. Ja, hast du auch diesen Eckzahn? Eckzahn, Eckzahn. Ich will eine Halskette. Einen scharfen Eckzahn. Nö. Okay. Das ist wahrscheinlich eine ganz spezifische Quest. Müsste hier sein. Nee, der gibt's mir nicht. Der gibt's mir auch nicht. Wäre vorsichtig an deiner Stelle. Ja, ich verlasse mich ja darauf, dass du mir hilfst. Ja, aber nicht, wenn ich hier gerade um mich und meine Monsterchen kümmerle. Ich brauche. Alles gut. Ich kann nicht so schnell zu dir kommen, wenn du Kilometer weit vergrenzt. Ein Kilometer weißt du nicht. Oder für Duh? Oh, was finde ich an, wenn ich dir das sage? Oh, es sind nur noch, also es sind 82 Prozent. Warte. Kann man mitkommen? Hä, wer übergibt mir denn das denn? Hä? Ich weiß nicht. Jetzt renn doch nicht da gleich wieder hinten rein. Nee. Wo bist du denn? Ja, ich steh vor dir. Ach, da. Ich weiß nicht, ich hab schon so ein auffälliges Kostüm und du siehst mich trotzdem nicht. Ja. Denn wie ein Maulwurf. Ja, aber wirklich. Also blinder geht schon nicht mehr. Aber wo dein Klo ist, weißt du, ne? Da findest du hin. So blind. Ich weiß, wo das Klo ist und ich weiß, wo im Netto die Getränkabteilung ist. Das reicht. Das wage ich zu bezweifeln. Ach ja, und ein Bett, wo das Bett ist, weiß ich auch. Das wage ich zu bezweifeln. Nein. Das, da kannst du mir jetzt mal vertrauen. Nein, kann ich nicht. Äh, doch, könntest du schon. Nein, kann ich nicht. Äh, doch. Nein. Warum also gar nicht. Warum nicht? Das ist. Ach so. Was tust du hier? Ich? Meine Quest? Ja, das hat ja noch gerade gesagt. Ach so. Da hab ich nicht aufgeachtet. Ich hab nur keine Ahnung, wo... Finden die sich immer alterieren, sondern abkacken überhaupt noch? Ich hab nur keine Ahnung, wo du deinen komischen Eckzahn findest. Doch, ich hab ihn vorhin gesehen. Ach so. Also, es wurde mir angezeigt. Ich weiß, es gab noch nicht welches Monster, weil der Baum davor war, aber... Ey, es ist eh nur eins. Also, auf dem Rückweg müssen wir da eh nochmal dann vorbei, dann passt das schon. Ja, spätestens beim nächsten Mal auf dem Rückweg, ja. Ja. Weil, ist ja gleich soweit. Ja. Schreibt ja gleich viertel vor. Part, sind wir bei 20 Minuten. Ich würde halt nur nochmal kurz das Level 40 schaffen. Ja, ja. Und danach... würden wir das dann auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Das Ding geht. Das Ding geht. Da für so ein elektrischer Kockenzieher. Mhm. Ach, Mozi, was du nicht für die liegen sollst. So. Oh, so ganz knapp, ne? Ähm, Level Up vorbei. Einer Regel, ja. So geht das nicht. Ich ja nicht. Ah. Durch eine Quest. Oh, Level Up. Sehr schön. Ja. Dann können wir uns hier einmal an den Rand stellen. Ja. Wobei... Warte, wir müssen ja das nächste Mal eh wieder hier hin. Und ich wollte ja Zauber kaufen. Gucken. Äh, gehen wir einmal ganz kurz nach Älderine. Ja, wolltest du nicht eben ein Foto machen? Hatte ich das schon. Ach ja, stimmt. Äh, Älderin, ne? Hast du gesagt? Älderin, ja. Älderine. So, dann kann ich hier einmal noch kurz die Karten machen. Dann können wir einmal gucken, ob wir neu Zauber kaufen können. Ja, Zauber. Ich freue mich, hier einmal ganz kurz die Karten machen. Äh, äh. So. Also, dann hatten wir schon. Und hier... Und hier... Den hatte ich noch nicht, oder? Ach doch, hatte ich auch schon mal Uffan. Dann, also Reittier. Denk dran, dass du zu deiner Kugel musst. Ah, wo ist sie doch gleich? Ich glaube, die hier, ne? Hier? Links, ja. Ja, ist richtig? Ja. Oho. Krieg mal was. Ja, erstaunlich. Ja, ich weiß. Es gibt tatsächlich was, was ich kaufen darf. Oh, noch was, was ich kaufen darf. Das darf ich nicht kaufen. Das darf ich kaufen. Das darf ich auch kaufen. Also, runter vom Reittier, sonst wird das wieder nichts. Warte, wir müssen uns ainten einmal. Doppelschlag zwei. Ich kann aber schon Doppelschlag vier kaufen. Das kann ich auch kaufen. Ach, ich kann... Kann ich schon mal eine neue Rüstung kaufen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das geht erst... Level 42. Also, ich konnte ganz viel kaufen. Ja, ich hoffe, das funktioniert auch alles, so wie ich mir das vorstelle. Das ist ja bei mir immer so eine Sache. Ja, das stimmt. Und ich habe einen neuen Sauber, einen komplett neuen. Hier Giftpfeile. Jetzt schieße ich den in den Pöppels. So, dann gucke ich einmal kurz, gleich noch, ob ich eine Norrisko kaufen darf. Oh. Ich habe aber nur Segnung. Da muss ich das eigentlich schon irgendwie haben, oder? Weiß ich nicht. So, Doppelschlag ist jetzt auf drei. Das ist korrekt. Wo sind denn meine Fähigkeiten? Klar. Aber hier ist Segnung noch gar nicht drin. Das ist Stufe 30. Ja, ich darf mir das erste Rüstungsteil für Stufe 40 kaufen. Und ich darf mir die Waffe für Stufe 40 kaufen. Da freust du sich. Ja. Ich komme jetzt auch direkt zu dir, damit du dir das angucken kannst. Oh, da muss ich ja mal eine Waffe neu hochlevel. Oh. Oh. Sag mal, wenn das jetzt... Kann ich jetzt, äh... Warte mal. Mal lassen. Das muss ich jetzt seinem Aus... Äh, abziehen. So, was wolltest du mich fragen? Warte. Heilung 4. Äh, äh, beachte mich dabei aber auch. Ja, ja, Moment, Moment. Ich habe ja nicht... Äh, äh, warte. Gott, ist das wie hetzlich. Heilung... Heilung. Heilung 4. Hallo, wo ist Heilung 4? Heilung 4. Heilung 5. Heilung 6. Ja, sehr geil. In drei Jahren geht es weiter? Ja, Entschuldigung, ja. Ja, ich beachte dich, ja. Nein, es geht darum, dass du mir endlich das sagst, was du sagen wolltest. Ah ja, ich habe hier... Ich kann hier nur Segnung ab 2 kaufen. Ich brauche aber Segnung... Ah, warte mal. Ich glaube, Segnung 1 habe ich hier, ne? Nee, das ist auch Segnung 2. Kann ich dann in einer anderen Stadt vielleicht Segnung 1 kaufen? Ja, aber wenn du Segnung 1 hast... Da habe ich ja nicht, brauche ich ja. Nein, ja, aber du hast doch Segnung 2. Segnung 1 wird doch zu Segnung 2, wenn du Segnung 2 kaufst. Dann wird Segnung 1 zu Segnung 2. Ja, aber ich habe Segnung irgendwie noch gar nicht. Ja, dann musst du Segnung 1 in deiner Stadt kaufen. Okay. So, beachtest du mich jetzt? Ja, ich beachte dich jetzt. Guck mal, das ist mein altes Rüstungsoberteil. Ja, ich bin sogar ganz nah dran. Das hier ist mein neues Rüstungsoberteil. Ja, das ist schön. Gell, oder? Und warte. Das hier war mein alter Bogen, der Glitzerbogen. den ich vermissen werde, aber ich muss mir das nachher eben umändern. Und das hier ist mein neuer Bogen. Ja, hat auch was, sehr schön. Ja, hatte. So, jetzt muss ich den herzlichen Quatschel wieder anziehen. Okidoki. So, ja, wir hören uns dann nach dem Gespräch mit Sio. Ja, ich mache mich jetzt eben fertig, die schon einkaufen. Ja, so, ich... Viel Spaß hier mit dem Park und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.